Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Scheiße, die allen haben wir jetzt leer, die haben wir auch gleich leer, das wird immer besser mit uns So, warte mal, jetzt wird's noch Zeit dafür. Woah! Woah! So, warte mal, jetzt wird's noch Zeit. Gut, dass ihr immer... Nö, 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 nö. Können wir Bordwand ausrichten? Das bringt überhaupt gar nichts, habe ich das Gefühl. Ach, dann ist es doch egal, ich dachte, wer der Treppe von da oben rüber. Oh, okay. Oh, okay. Ich muss ja überall an so nem komischen... Oh! Oh! So, da lau' ich mal hinten rum. Ah, es sind überall Dings, dass ich... Okay, da komme ich nicht weiter. Alter, was haben wir hier? Alter, was ist das denn hier? So, man. Okay, das war gut, das war gut. Oh, geil. Moment, mach mal aus. Ach so, du weißt immer, wo wir sind, ja? Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Ah, steh auf, Mann! Ah! Was soll ich denn jetzt alles drücken hier? Hähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh dann geht das mal wieder auf sammeln und das ist keine voll das ist keine leichte mission und ich kann nicht jetzt die kann ich wissen jetzt müssen ich muss sie irgendwo anders hinlocken damit ich da noch mal drücken kann ich Okay, warte mal. Das war jetzt vielleicht... Oh, yeah. Da bin ich aber noch lange unterwegs. Aber jetzt, hör, jetzt renn weiter, man! Ich muss warten, bis er weg ist. Mist, ich kann auch da nicht irgendwo... Okay, jetzt stehe ich hier und wenn du überlegen, was machst du? Äh... Zudem Container und wenn sie sich dann umdreht, dann... Rennen war weiter, Mensch! Kann doch nicht sein, dass du keine Puste mehr hast. Selbst... Selbst BJ Blazkowicz hat mehr Puste gehabt, wie du. Alter, ist der scheißig schnell unterwegs, ey! Ich habe gerade was am Auge. Irgendwas... ey... Nerv. Ja... 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 Ich habe nicht viel Zeit, wenn er da drüben ist. Wie soll ich das machen? Es ist doch irgendwie taktisch... voll von Arsch... Ich bin einig zwar lang... Alter, kannst du mal abhauen, du mieser Stinker, ey. Mann. Achso, da geht's gar niemand. Das weiß immer, wo ich bin. Wer will dieses Spiel verarschen? Ich geh wieder zurück. Was auch, Alien dreht sich wieder? So, ich geh wieder zurück. Alien dreht sich auch wieder. Fahr, ey. Hallo? Wer hat das programmiert? Hallo? Du, schon wieder da hinten, ey. Ah, ich seh hier nix. Ich hab... Ich hab nicht mal irgendwie... Okay. Und bleibt das jetzt die ganze Zeit hier? Wenn ich jetzt wieder rübergehe, hätte ich natürlich eine super Chance. Gibt's doch nicht, ey. Dann gehen wir erst mal die Kronen, ey. Ey, ich hab keine Chance, Alter. So schnell, wie das Ding da ist. Renn doch mal! Du sollst dich immer gehen, ey. Du bist echt Winter, Alter. Ich hab keine Chance, Alter. Ich gehe nicht mehr. Anyways, mach dir. Weg eins stack trumpet. Mensch, hast du nicht die Chance. Denn ich mache dir jeder. Von morgen. Aber sch Turf. Sen wurde nichts geschossen. Seit purse. Sta imper Ra. Wenn du hier ist. das hat überhaupt glaube ich gar keinen sinn auf das scheiß ding zu schießen was mache ich denn das ist doch voll von bauern renn weiter als hättest du uns gesehen bin im drucker modus da kannst du es gar nicht gesehen haben da ist wieder dahinten okay jetzt hat es wahrscheinlich gesehen gibt es nicht gibt es nicht wie soll ich denn da dran gekommen ja 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 Ah. okay jetzt gerade mega leise ist aber wo weißt du das ding dass wir jedes mal hier hinten sind ich krieg die krise wie soll ich das denn packen alter sehe ich aus wie ja hätte ich gar nicht geschafft immer kacken hier kommen rein da vielleicht mal ein bisschen mit einem schwänzler jetzt ollie tippe ja 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 ich sehe wieder nix jetzt habe ich das ding wieder zurück geholt ja aber aber was hat das denn kapiere ich nicht wie kriege ich das ding denn da mir klettert du kannst mich gar nicht kriegen ich bin viel zu weit weg kommentar kommentar das ding wieder drauf kriegen oder was oder wo ich das ding noch weiter zurückholen aber es für ein bisschen ein bisschen merkwürdig gerade das wenn man weil wenn man wüsste was man jetzt machen sollte kapier ich nicht